keine ahnung von wo naja ist ja auch egal wir schwimmen jetzt mal ein bisschen lang nehmen mal die uzi muni mit die da ja ich verstehe gar nicht warum kriegen wir noch so viel warum werden wir noch mit so viel munition zugeschüttet kommt da noch irgendwas kommt da noch irgendein monster oder so ah da können wir auftauchen auftauchen ist immer gut ich höre schon donnern und tosen da lag doch noch aber da lag noch was es geht mir stark auf das ende zu muss ich gerade ich habe jetzt so das gefühl dass hier irgendwie gleich noch mal voll die mega explosion taterathe und donner und alles und feuer und sagte ich feuer und so heuer monster feuerball alles auf uns zukommt und ins blatt macht was ist mit dir wo bist du jetzt weiß ich auch warum wir so viel munition brauchten es ist miss nedler mit flügeln sie lebt also doch noch die olle zippe noch mal voll die kuh du blä die kuh du so was kriegen wir jetzt dafür wir kriegen dafür ein safe dann schauen wir uns unsere nähertler mal von oben an ja es war schön mit dir so jetzt aber da steht sie jetzt wieder auf also wieder speichern immer speichern 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 jetzt sind sie da okay von da kamen wir oder kamen wir von da kamen wir nicht aber egal wir gehen jetzt mal darüber ich glaube jetzt haben wir sie aber endgültig gepackt dumme kuh hier können wir nicht hoch können wir da das scheint mir auch zu hoch zu sein da vielleicht hoch das wo man hört einfach nicht auf es ist es ist grauenhaft vielleicht können wir da hoch hier so ungefähr ja das sieht schon mal gut aus so jetzt können wir da vielleicht da vielleicht nö aber dafür können wir da direkt hoch hallo hallo schauen wir mal wo es da lang geht da waren wir glaube ich noch nicht oder ist das ein rundgang also sprich eine sackgasse für uns äh wir kommen hier drauf okay und jetzt ah jetzt können wir hier lang sehr schön dieses wo man da auf den ohren das ist furchtbar da man meint immer gleich passiert was schlimm ist so oh hier können wir gott sei dank hoch es scheint so auch vielleicht dass wir den raum verlassen können oder müssen wir von wegen wir müssen wahrscheinlich nochmal den raum noch weiter nach oben so ja genau so ist es wir sind noch weiter nach oben gekommen also wir müssen irgendwie hier raus da unten liegt sie die miss nedler hat nichts mehr zu lachen ihren blöden blähen die sie da haben wollte so dafür können wir jetzt da rüber springen vorsichtig zurück schon sehen was sie davon hat ich mein es legt sich halt niemand mit uns an das ähm wussten schon die die fledermäuse am ende oh okay das war nicht so gut da hätten wir wahrscheinlich anlauf nehmen müssen das wussten schon die fledermäuse am ende am anfang des spiels das haben die löwen zu erfahren bekommen die gorillas die krokodile die was waren da noch die mumien oh ja und ähm das komische monster was wir gerade eben besiegt haben das fette vieh da die flughunde also mit flughunden meine ich die mumien also miss nedler mit uns legt man sich nicht an das hättest du dir merken sollen und können so sehr schön das heißt wir kommen jetzt nochmal ein stückchen nach oben ich glaube wir müssen da oben durch den balkon 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 wie man das auch immer definieren möchte aussprechen möchte auf französisch oder deutsch deutsch so da oben ist nix was auf uns lauert mit langer gang hier fallen wir wieder ah ok da müssen wir lang das sieht doch schon mal gut aus so ich speichere noch einmal ab denn ich bin gespannt was da jetzt kommt oder am besten speichern wir hier noch einmal ab ja genau mit dem rucksack im gesicht nehmen wir mal diesen speicherstand und dann bin ich mal gespannt was jetzt passiert ja das war das ende der großen pyramide das level ging aber sehr schnell 25 minuten ich hätte eigentlich jetzt wieder ok wieder etwas anderem gerechnet ähm wir haben sechs kills 24 pickups zwei von drei geheimnissen hm haben wir eins übersehen ich glaube nicht ich dachte das eine da wo ich vorhin gesagt habe das müsste eins sein das wurde nicht als geheimnis angezeigt wo wir uns da gehangelt haben ne wo wir so quer drüber gesprungen sind muss ich mal nachgucken ob das vielleicht eins ist jedenfalls 25 minuten gebraucht wir haben alle geheimnisse gefunden ich lege mich jetzt einfach fest und dann bin ich mal gespannt was jetzt passiert das ist 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 was das ist es wie du so Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben Tomb Raider 1 durchgespielt Ja, das wollte ich natürlich nicht, der Demo-Mode Wir haben es gepackt Tja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Für eure Unterstützung Vielen, vielen Dank Ich habe versucht gerade die Credits aufzunehmen Da gibt es wohl Probleme mit der DOS-Box Ich versuche mal, ob ich die noch reinschneiden kann Wenn nicht, seht ihr jetzt einfach diesen Screen Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank Ich möchte mich bedanken Recht herzlich bei meinem Großvater Unter anderem Der dies möglich gemacht hat Bei Ferylia, der mir geholfen hat Bei The Booth Bei Ciddy Die Alle in Teil dazu beigetragen haben Dass dies funktioniert Oder funktioniert hat, so wie es ist Es war mein erstes Let's Play Die erste Aufnahme Ist ja schon wieder da rein Also man kann ja nicht in Ruhe reden Ähm, erstes Let's Play Erste Aufnahme Ähm Es war, es hat mir sehr viel Spaß gemacht Ich muss sagen, zwischendrin War es ein bisschen langatmig Es war immer so springen, schießen Rätsel, Hebel ziehen, nochmal springen Oftmals abgestürzt, viele Tote Ähm, ja, war ein bisschen langatmig Muss ich zugeben Aber es hat mega Spaß gemacht Auf der anderen Seite auch Das ganze Gameplay Also das ist der Wahnsinn Was die vor über 20 Jahre Da auf die Reihe gestellt haben Für so ein Spiel Was auf dem DOS gelaufen ist Das ist unglaublich Ich bin so froh, dass es damit angefangen hat Die Reise Das nächste Spiel Na, ich verrate es noch nicht Aber ihr könnt es sicher denken Was als nächstes kommt Ähm Da kann ich euch so viel versichern Da wird es keine Probleme Mit der DOS Box geben Das ist Windows basiert Das Spiel Ähm, ja, wie gesagt Ich kann mich nur bedanken Dafür, dass ihr zuschaut Dafür, dass ihr mich abonniert habt Vielen Dank Mich unterstützt Es war mir eine große Freude Und ja, ich würde einfach sagen Wir sehen uns das nächste Mal Auf diesem Chat Im anderen Spiel Es geht schon wieder das Spiel los Also das versaut mir die ganze Abmoderation hier Ähm, ja, wie gesagt Wir sehen uns auf einem anderen Am anderen Spiel Auf diesem Kanal Und bis dahin würde ich sagen Macht's gut Bis demnächst Euer Pulsar Bis dann Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020